Ich habe ihn niemals vertan. Das ist toll. Das stimmt, du warst ja nie vertan. Das war mein Konzept. Du hast mal deinen Text vergessen bei Rain Man. Du warst zu leise gekommen. Den Text habe ich zwei Minuten vorher bekommen. Und wie soll ich den lernen? Das ging ja. Und es war stockfinster auf dem Blumen. Das hat uns im Haar gelassen. Das nächste Stück spielte Grefeld. Ich werde dafür einen kleinen Effekt vorbereiten. Achtung, Konzentration. Bernd Ackermann, der beliebte Bernd Ackermann. Es handelt sich um schrittigen Regen. Jetzt glaube ich. cheering Ich persönlich! Ja, die Phase aufatibe! Ich glaube an, die Phase aufuelaдж Brilliant. Ich spreche fast hinzu. Ein Mann, die dem Preis besiegt, in seinen Wagen. Den hat er hier geparkt, vor ein paar Tagen. Doch jetzt ist er weg, nicht der Mann, sondern der Wagen. Ich erklär es dir noch mal, denn sonst gibt es wieder Fragen. Also der Wagen, der ist fort und der war im Silbertau. Und das schiebe dann, das war offen und jetzt regnet es wie Sau. Das soll ganz natürlich klingen. Ein Mann geht durch den Regen, immer noch im Kreis. Er sucht nen silbergrauen Wagen, wie mittlerweile jeder weiß. Und im Wagen sitzt ein Hamster und es regnet, das ist schlecht. Denn das Schiebedach, das war offen und ein Hamster ist kein Held. Und der Mann wiegt um die Ecke, hundertmal war er schon hier. Und da sieht er seinen Wagen und das geliebte Nageltier. Ich glaube, das haben wir nicht verstanden. Ich glaube, er hat gesagt, Gott sei Dank, ich habe das Schiebedach doch zugewandt. Wunderbar, Bert Ackermann, Bert Ackermann.